Und jetzt ein Geburtstagsstück für mich selbst. Enten. Kämpfen gegen Böses. Wir feiern den Brotstag. Herzlichen Glückwunsch. Was wäre der Klaus ohne Bayer? Was wären die Beatles ohne dich? Schick mir eine Karte oder einen Brief mit der Antwort drin. Willst du mich ehren und auch ernähren, wenn ich siebzig bin? Wenn ich siebzig bin.